Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Es war fast WrestleMania für die einen, aber dann doch WrestleMania. Es war WrestleMania SmackDown, das haben wir uns angeguckt und es ist so, je nachdem, wenn ihr ein WrestleMania Match habt, ein offizielles, war es eine normale SmackDown Ausgabe. Wenn ihr keins habt, war das schon WrestleMania für euch. Das behalten wir im Hinterkopf, denn wir sind jetzt bei WrestleMania SmackDown, das werden wir gleich erklären, warum das so ist, aber erstmal erklären wir, wer hier da ist, das bin ich und das ist der Chris. Hallo Chris, wir haben sehr, sehr viel vor heute diese Wochenende, vor allem du. Ja, hallo Marcel, es freut mich wieder am Start zu sein bei der WrestleMania SmackDown Episode, Special Episode, du sagst es, wir haben beide ein volles Wochenende, machen wir uns nichts vor, du wirst dir ja auch WrestleMania geben, nur dass man uns dabei zuschauen kann auf twitch.tv slash spotfight.de, also für alle, die vielleicht sonst alleine schauen würden, guck da vorbei, aber du wirst dir das natürlich auch geben und deswegen sind unsere beiden Wochenenden prall gefüllt, aber wir freuen uns, oder? Ja, auf alle Fälle, also es wird sehr, sehr viel passieren, wir müssen sehr, sehr viel placken, aber das gehört ja auch dazu, weil wir zu dieser Show auch gar nicht viel sagen werden gleich, aber das macht auch nichts. Also, ich bin umgezogen und ich ziehe immer noch um und ich muss ganz viele Wohnungsmöbelhäuser, Möbelhäuser muss ich auch noch besuchen, Ikea unter anderem wahrscheinlich und das wird sehr, sehr voll, also ich schaffe das auf alle Fälle nicht nach Krefeld und dann muss ich mal gucken, wie ich das mache, mir geht es auch gar nicht so gut, muss ich sagen, also ich bin ein wenig kränklich jetzt durch diesen Umzug, deswegen muss ich mal schauen, aber das ist nicht schlimm, ich sitze jetzt hier, wer das noch nicht mitgerichtet hat, ihr hattet vier Möglichkeiten, das bereits mitzukriegen. Nummer eins, die Preview mit Sebastian Hackl haben wir aufgenommen, wunderbar, Fettchen-Kanal-Mitglieder, hört euch das an. Sebastian Hackl hat es fast geschafft, uns Kieran Cross schönzureden. Es ist der Hype-Man, aber selbst das ist ihm nicht gelungen, aber alles, alles andere hat er geschafft. Nummer zwei, NXT-Talk mit Pair, haben wir gemacht, ist raus, könnt ihr euch anhören, was bei NXT passiert ist. Dann, Nummer drei, NXT-Preview zu Stand and Deliver ist auch raus, mit Pair zusammen, da haben wir nochmal alles zusammengefasst für die, die keine NXT gucken. Könnt ihr euch das anhören, dann wisst ihr nämlich Bescheid und könnt euch die Show angucken, morgen, am Samstag um 18 Uhr, also heute für euch, wann auch immer. Und Nummer vier, habe ich jetzt schon wieder vergessen, doch, Fantasy-Booking, selbstverständlich, habe ich mit dem Tobi gemacht. Auf Twitch, das ist aber auf dem Highlight-Kanal, Spotfights, Stream-Highlights, YouTube ist irgendwo unten verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal ganz angucken, das Fantasy-Booking, das war sehr lustig. Ein Match endet am Ende auf einer Drohne, das haben wir einfach in einer KI schreiben lassen und das ist sehr lustig gewesen und es passieren Dinge und wir haben es geschafft, Tamina einen würdigen Abschluss ihrer Karriere zu ermöglichen. Das ist das, was gewesen ist, was kommen wird. Watch Party, du hast es gesagt, ab 17 Uhr bei Pair. Alle sitzen da, Tobi, Tobi, du, Flöter, nee, nicht Flöter, Flo wollte ich sagen und der andere da, Pair, Pair ist auch dabei. Und dann guckt ihr euch Send & Deliver an und dann Send & Deliver Review, da bin ich dann leider auch nicht dabei, dann guckt ihr euch WrestleMania an und dazwischen gibt es Informationen zu Bash at Berlin in Berlin, hier Community-Treffen. Wie ihr Tickets rankommt, wie ihr das macht, das wird wunderbar. 17 Uhr am Samstag und am Sonntag geht es um 20 Uhr los, es werden lustige Spiele gespielt werden, was man halt auch so Twitch macht, das wird ganz toll werden und dazu dann Live-Reviews natürlich auf YouTube für WrestleMania Nacht 1 und Nacht 2 und ich glaube, war das schon alles oder muss ich noch mehr sagen? Ich glaube, das war schon alles, aber Freunde, ich kann das noch ein bisschen ausschmücken, ich sage euch, dass auf Twitch, das wird größer als alle Streams, die wir sonst haben, weil wir uns diesmal richtig Mühe gegeben haben, also wir haben jemanden dabei, der kennt sich mit Technik aus, damit ein Halunke, wie ich das nicht machen muss, der keine Ahnung davon hat, das heißt, das wird laufen, das wird großartig aussehen, wir haben schöne Camera-Angels, wir werden einfach eine richtig geile Party zusammen haben und es wird sich auf jeden Fall lohnen, da vorbeizuschauen, also da bin ich mir ziemlich sicher und deswegen verpasst das nicht und genießt WrestleMania mit uns zusammen. Ja, Pizza gibt es, glaube ich, und ganz viele verschiedene Lebensmittel und so, also das wird gut, also macht eure Watch-Party mit, guckt euch das an. Das gibt es auch. Ja, doch, also das ist ein intensives Feeling zu WrestleMania, denn es sind ja 13 Matches und also mindestens 11 davon sind interessant, zumindest für mich, könnt ihr jetzt einfach raus, wie der Hype-Level ist. Schreibt doch in die Kommentare jetzt euren Hype-Level rein, das ist doch wunderbar, dann haben wir doch was. Kommentare, Daumen nach oben und so weiter und so fort. Ich habe noch die Frage an dich, mein lieber Chris, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist der Tag von SmackDown's WrestleMania. Ja, nein, heute ist der internationale Kissenschlachtag und an manchen Stellen dieser Show hätte ich mir gewünscht, Kissenschlache zu sehen, weil das dann vielleicht ein bisschen schlauer gewesen wäre. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ich merke gerade, dass wir erneut einen Delay haben, das hatten wir letztes Mal auch schon gehabt bei der Preview, das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen komisch wirken, dann liegt das daran, dass wir uns wieder fünf Sekunden verzögert unterhalten, aber das macht nichts. Ich bin übrigens hier in meinem Weber-Kabuff drin, wenn ihr euch fragt. Ich habe es ja schon vorher gesagt in den Rivers, aber das habt ihr wahrscheinlich nicht gehört. Also ich habe hier alles groß, große Wohnung, die ist hier, alles toll, aber die Wohnung ist einerseits sehr leer, deswegen halt das da und andererseits aber auch sehr voll, da sind dann nur Kisten und so alles, deswegen kann ich da nicht. Ich habe mich hier in einen kleinen Kabuff verschanzt. Also hier hinten ist so irgendwas und da seht ihr das schon, da ist mein Chase-You-Kalender. Also Sia Hill ist bis April und mehr ist auch gar nicht hier. Deswegen sitze ich in einem kleinen Raum. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch und erfüllt eure Ansprüche, denn wir sind jetzt über SmackDown angelangt und da müssen wir jetzt drüber reden. Chris, wie fandst du die Stage? Das war nämlich das erste. Am Donnerstag war Stage Reveal. Hast du das gesehen? Da waren die Ninja-Kids, die sind da so rumgehüpft, dann so durch den Ring, so ein bisschen Jungle-Boy-mäßig-Style und so und dann haben die gezeigt und da ist die Stage und die WrestleMania-Stage groß und natürlich groß, was denn sonst? Es ist ein großes X, es ist ein großes L. Und dann hast du in der Mitte die Entryls und links und rechts nochmal was und oben auch und so weiter. Ihr habt das ja sogar gerankt, es gibt ja sogar Tierlisten dazu. Wie fandst du denn diese Stage? Also die Stage war irgendwo am unteren Ende vom Brauchbau, würde ich sie einschätzen. Sie war okay, aber es gab halt WrestleMania-Stages zum Beispiel letztes Jahr, die noch ein bisschen größer gewirkt haben. Dann hatten wir zum Beispiel auch WrestleMania 30 hat größer gewirkt, das ist zehn Jahre her. Wenn du jetzt eine Runde WrestleMania als Beispiel haben willst, ist, also sieht ganz cool aus, aber ich finde, da wäre mehr drin gewesen. Wobei, ich habe irgendwo gelesen, dass das Stadion halt einfach nicht mehr hergibt, weil es ein relativ kleines Stadion im Vergleich zu anderen WrestleMania ist und deswegen muss die Stage halt so gebaut werden und von daher müssen wir mal gucken. Am Ende des Tages kannst du es auch erst bewerten, wenn du es in Action gesehen hast, also wenn die Entrances laufen, das Feuerwerk, die Jets da durch die Halle fliegen, dann kannst du es richtig bewerten. Von daher, ich bin da guter Dinge, dass uns WrestleMania visuell schon abholen wird und da wird die Stage, die wird nicht negativ auffallen. Das wird schon cool sein. Eben, weil ich habe gesehen, dass viele da geweckert haben oder zumindest gesagt haben, es ist nicht so groß wie sonst. Also zum einen, WrestleMania 10 und 20 war eine sehr kleine Stage in Madison Square Garden, also da ist vielleicht ein bisschen die Tradition. Und zum anderen haben wir ja noch gar nicht alles gesehen. Also wir haben nur den vorderen Teil gesehen, heute in der Spektakulär-Ausgabe ein bisschen weiter, auch nach oben, aber alles andere, wie das erleuchtet ist, haben wir noch gar nicht gesehen, wenn da die Zuschauer drin sind. Wahrscheinlich diese Ramp, die dann natürlich wieder riesenlang ist, die wird dann auch noch erleuchtet sein und dann wirkt das nochmal ganz anders. Also ich würde jetzt einfach abwarten, es war auch relativ unspektakulär mit den Ninja-Kits, aber was soll's, wir haben uns das angeguckt, das ist wunderbar. Es sind heute in der Halle 20.000 Leute fast da und da hat man eine kleine Stage wieder aufgebaut. Das ist wieder dieses Ding hier unten flacher gemacht und damit man dahinter noch welche hinsetzen kann, deswegen war die Halle pickepacke voll und sehr clever gemacht. Man hat nämlich gezeigt am Anfang das Stadion und ich finde, jetzt ist es berechtigt, dass es beleuchtet ist, deswegen ist es in Ordnung. Und dann hat man einfach rüber geschwenkt und hat mal gesehen, ah, Wells Fargo Arena ist ja direkt daneben. Das war eigentlich sehr interessant, um zu sehen, Leute, wenn ihr zur NXT geht zum Beispiel, kauft euch noch Tickets, ihr könnt einfach da rüber gehen und dann seid ihr dann da. Das war ja nicht immer so. Die letzten Jahre, PR hat auch Geschichten erzählt, da musste man dann auch mal durch die Stadt fahren, so eine halbe Stunde oder so ein Uber mieten oder so und dann hat man Pech gehabt. Aber hier wunderbar. Und weil das so wunderbar ist, haben wir heute spanische Kommentatoren. Die sind wieder respawned, sie sind wieder da. Was war da denn los? Ja, das war ganz, ganz wild. Leider keine deutschen Kommentatoren, wenn ihr die hören wollt, zumindest ein Teil davon, dann hört in die Smackdown-Preview rein, die exklusiv für die Patreons und Kanalmitglieder gekommen ist. Da hört ihr nämlich den guten Sebastian Hackel. Aber fand ich schon wild, dass die am Anfang gezeigt wurden und dass man die auch gehört hat. Ähnlich wie bei Resumea, ihr kennt das. Dann schwenkt die Kamera von einem zum anderen Kommentatorenpult und man hört einmal Spanisch, einmal Englisch. Das war schon cool. Spoiler, direkt am Anfang, es ist heute keiner durchs spanische Kommentatorenpult geflogen. Ist das was? Das wird sich noch aufgehoben. Also ja, ja, das war überraschend. Die hatten ja phasenweise, vor Corona hatten die ja immer noch, wo dann noch die ganzen Internationalen waren. Also die Deutschen waren oft mit, also Deutsch, Spanien, Englisch und dann oben so Japaner und Franzosen und Russen waren dabei und Chinesen, alle so. Und das will ich eigentlich wieder haben. Zumindest das bei Resumea, dass man das mal wieder zeigt, weil das fand ich eigentlich ganz cool, diesen internationalen Touch. Dass das einen internationalen Touch hatte, dieses Smackdown-Ausgabe, hat man auch gemerkt, gleich bei Logan Paul. Aber da kommen wir später zu. Es ist die Show der Dumpfbacken. Ne, Dumpfbacken hast du das bei Raw, der Blödiane. Da weiß ich gar nicht, für was ich mich entscheiden muss, weil ich habe das Gefühl gehabt, so ziemlich jeder war heute ziemlich dumm. Und mit ziemlich meine ich sehr. Fangen wir an. Wir haben eine KO-Show, die ist angekündigt. Ja, Randy Orton ist der Special Guest von Kevin Owens. Es sind so zwei Bürospügel im Ring aufgebaut. Da setzen sie sich auch hin. Und die mögen sich. Also Randy Orton und Kevin Owens, keinerlei Spannung, gar nichts, Koexistenz vorhanden. Und die beiden verbindet die Abneigung gegenüber Logan Paul. Und aufs Stichwort wird Logan Paul eingeblendet. Der ist nämlich gar nicht in der Halle. Der ist viel cleverer. Der ist im Stadion, da wo WrestleMania ist. Da kann ihm keiner was anhaben. Und er hat das Spotlight ganz für sich alleine. Das ist gut, ne? Und dann haben sich Kevin Owens und Randy Orton gesagt, ja gut, ich habe ja gerade gesehen, wie nah das beieinander ist. Also gehen wir doch mal rüber. Und das fand ich so toll. Da gehen die beiden so durchs Publikum. Nach oben weg. Wir kommen dann gleich mal bei dir vorbei. Und dann kommt die große Überraschung. Austin Theory und Grace Wolder sind unterm Ring, kommen hervor. Ich weiß nicht, was sie vorhatten. Also, wie gesagt, alle waren dumm in dieser Folge. Wahrscheinlich wollten sie während der K.O. Show attackieren oder so. Aber die gehen dann so hinterher und rennen dann hinterher. Dann ist Werbung. Und dann sehen wir nach der Werbung, wie Randy Orton so ein Auto klauen will. Das hat zum Glück nicht geklappt, weil das wäre illegal gewesen. Stattdessen hat Kevin Owens so ein Golfkart. Ja, alles ist besser mit Golfkart. Sie hat das klar gemacht. Und dann heizen die beiden rüber. Und dann siehst du schon Grace Wolder und Austin Theory rennen hinterher. Da war ja mal richtig Action zum Anfang von SmackDown. Auch wenn einige gleich sehr dumm sein werden. Ja, ich fand das großartig, dass man dieses Element aufgegriffen hat von Die Halle ist direkt in dem Stadion. Wir fahren hin und her. Der Logan Paul ist da. Und irgendwie hast du das gut kombiniert. Also, du hast es angesprochen. Ich fand das cool. Ansonsten sahen halt schon alle ein bisschen doof aus. Vor allem Grace Wolder und Austin Theory. Ein Satz verpasst. Ich meine, warum kommt die nicht einfach zwei Minuten früher vom Ring hervor und haut den auf die Schnauze? Das hätte alles gepasst. Das hätte den Abend ein bisschen anders gestaltet. Aber so, ja, fand ich es ganz nett, dass man das eingebunden hat. Und das sollte ja dann später auch noch weitergehen. Aber dazu dann später in der Show mehr. Denn jetzt gab es was ganz, ganz Tolles. Da haben wir uns doch bestimmt drauf gefreut, oder? Sehr richtig schön. Also, wir werden gleich mit Logan Paul noch mal drauf eingehen. Ich glaube, das war sogar der Plan. Habe ich so vermutet. Jetzt André The Giant Memorial Battle Royale. Und ich habe wirklich vergessen, wie klein der kleine André wirklich ist. Also, wir sehen die Statue nochmal das erste Mal seit fast einem Jahr. Naja, es ist halt so ein kleiner André, den man dann von unten sieht. Man sieht die Statue auch immer nur von unten, weil die ganz groß ist. Wir sehen André The Giant Einspieler. Alles gut. Es ist prestigereich. Es ist prestigetechnisch. Resident Evil 30 war es zum ersten Mal. Das heißt, jetzt steht die elfte Ausgabe wahrscheinlich schon an, oder? Wenn ich das richtig gezählt habe. Vielleicht aber auch nicht. Auf alle Fälle ist es eine ganz wichtige. Wir sehen Bronson Reed. Wir sehen Ricochet. Und wir sehen Omos. Jetzt habe ich leider nicht die volle Liste hier, wer alles dabei ist. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir nehmen natürlich live auf. Wir wollen euch ja sofort hier verwursten und mit Informationen versorgen. Und so heißt das. Es sind alle dabei. Und es sind lustigerweise sehr viele Tag-Teams dabei. Also fast nur Tag-Teams. Was daran liegen kann, dass wir diese ganzen Tag-Team-Qualifier gehabt haben. Und jeder, der verloren hat, ist jetzt halt da drin. Also alle LWOs sind ohne Ende. Und alle Mexikaner und Engländer sind da mit drin. Und Omos halt so. Das ist ja ein großer Comeback. Omos hat zwei Matches dieses Jahr. Royal Rumble und jetzt hier das. Und das ist wunderbar. Bobby Lashley will nicht verteidigen. Das zeigt ja schon mal, wie wichtig diese Battle Royale ist. Bobby Lashley hat sich gedacht, nee. Also letztes Jahr hat mir auch gereicht. Möchte ich nicht. Die Frage ist, wer ist alles nicht da? Auch das habe ich jetzt nicht in Erfahrung gebracht. Aber zum Beispiel Shitskanakamur will ja nicht mehr. Der sitzt jetzt in seinem Kabuff-Fest. Chad Gable wollte eigentlich auch angekündigt. Auch nicht da. Also viele nicht da. Sehr viel Inkonsistenz. Es sind ungefähr 20 Leute. Ich habe es ja nicht durchgezählt. Es geht damit los, dass Omos Pretty Deadly rauswirft. Also einen von Pretty Deadly. Ich glaube, Voll-Lagy-B war das. Und der andere geht dann freiwillig raus. Das war ganz lustig. Aber auch ein bisschen dumm von allen anderen. Das müssten ja dann so 17 gewesen sein. Die einfach nur drum stehen und sich das angucken, wie Omos die dann abfertigt. Alle dumm, ne? Wade Barrett merkt dann an, dass in dieser Battle Royale Jinder Mahal, der ist so stark. Das ist der einzige ehemalige World Champion. Der ist so. Und da habe ich mir so gedacht, ja, aber das ist doch eigentlich was Schlechtes, wenn du dann die Prestigestahlstelle im Battle Royale hast, wo nur einer drin ist, der mal ein World Champion war. Aber ist egal. Jinder Mahal fliegt dann auch raus. Und alle Inder auch. Und wir und so, die sind dann alle weg. Jetzt ist passiert in der Werbung was. Da vielleicht mal einen kleinen Einschnitt, lieber Chris. In der Werbung ist es offensichtlich so, dass Omos rausfliegt. Das haben die jetzt so ein bisschen blöd vergessen. Und ich glaube, es ist nicht absichtlich passiert. Denn Bluetooth Kree ist so ein bisschen, ich glaube, so Hetzyser-mäßig oder so unterwegs. Und Omos lehnt sich so nach vorne. Und dann ist das so wie John Cena und Batista, damals beim Royal Rumble. Und dann fliegt der Omos durch sein Gewicht leider auch übers Seil. Ich bin mir nicht sicher. War das geplant? Wie hast du das gesehen? Sollte der rausfliegen oder nicht? Sollte er vielleicht sogar gewinnen? Denn danach nimmt dieser Battle Royale eine lustige Wendung, Chris. Ich glaube tatsächlich, dass er nicht rausfliegen sollte. Der sollte auf jeden Fall noch länger im Match sein. Es gab ja auch drei Leute, die einen Einzelentrance bekommen haben. Das war Bronson Reed, das war Omos und das war Ricochet. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das schon so die Final Three werden. Oder zumindest die, die in den finalen Zügen dann noch im Match sein werden. Und ich glaube, dass der Omos vielleicht sogar hätte gewinnen sollen. Also das hätte ich mir gut vorstellen können. Omos, der ist ja auch ein Giant. Unrated Giant, Omos ist ein Giant. Das hätte gepasst und dann ist er da rausgeflogen. Das sah sehr unbeholfen aus. Ja, also der Omos gewinnt nicht. Nee, nee, der kann nicht gewinnen. Das sah sehr unbeholfen aus, wie er da rausfliegt. Und das war vor allem auch in der Werbung. Ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, aber gefühlt ging diese Wette real zehn Minuten und da waren drei Minuten Werbung dabei. Also so wichtig ist die dann vielleicht am Ende doch nicht. Omos jetzt raus, umgelaufen. Jetzt haben wir die Alpha Academy im Ring. Otis Tosawa. Ricochet, großer Favorit. Ivar und Bronson Reed. Übrigens Andrade auch nicht dabei. Der war, glaube ich, auch angekündigt. Bronson Reed und Ivar fliegen gegeneinander. Da ist dann so die Schwerkraft wieder und so. Das war ganz gut. Haben wir aber auch schon mehrfach gesehen. Macht aber auch nichts. Jetzt ist überraschenderweise doch noch der JD McDonough drin. Der kommt auch wieder auf unterm Ring oder so hervor. Der war gar nicht eliminiert und schmeißt den Ricochet raus. Da ist ja noch was. Also Andrade sollte doch den Ricochet irgendwie fertig machen, damit Andrade in die Judgment der Geschichte reinkommt. Aber Andrade hat sich komplett umentschieden. Der ist gar nicht da. Deswegen musste JD McDonough das machen. Sehr lustig ist Akira Tosawa, wie er mit den Großen dann umgeht. Der wird ja komplett geplättet und der kann das ja wunderbar verkaufen. Das war gut. Otis macht einen Caterpillar und geht dann raus. Das ist auch nicht so schön. Akira Tosawa jetzt. Der wird der Held. Da war mir klar, Akira Tosawa gewinnt das jetzt. Der wird das Held gegen Bronson Reed und Ivar. Naja, und dann wird er so rausgeschmissen, ich glaube von Bronson Reed. Und ich glaube, auch das, glaube ich, sollte Otis ihn fangen. So sah es zumindest aus, dass Tosawa auf den Otis fliegen sollte. Aber der ist so rauber geflogen. Einmal komplett auf den Boden gewämmt. Alle Refs sofort da. Nichts passiert zum Glück. Aber ich glaube auch hier, mein lieber Chris, dass die zum zweiten Mal umbucken muss. Meine Theorie ist, dass jetzt Akira Tosawa der Favorit war, der dann rausgeflogen ist. Umgelaufen, oder nicht? Das glaube ich eher weniger. Ja, das war doch so wie gemacht, Akira Tosawa gegen zwei Größe. Ja, keine Ahnung, irgendwie. Ja, ganz klar, Akira Tosawa hätte bestimmt das Ding gewinnen sollen. Aber das war irgendwie alles ganz komisch vom Vibe her. Also, du hast es angesprochen, es waren ganz viele nicht dabei, die im Vorfeld angekündigt waren. Ein Andrade und ganz viele, die halt in Richtung WrestleMania auch gar nichts groß zu tun haben. Und das war ganz, ganz eigenartig, diese Battle Royale. Ich bin großer Fan von Battle Royales und ich hab nichts gegen die Unreal Engine. Aber WWE steckt doch bitte so mindestens drei Prozent Liebe, die ihr von den 100 für WrestleMania habt in dieses Match. Und dann wäre das ja schon fein. Aber das ist so wirklich der letzte Rotz gewesen, wie man das dargestellt hat. Und das fand ich schon ein bisschen sehr schade. Ja, diese drei Prozent haben dann nicht ausgerechnet. Aber es hat ja einen Unterhaltsamkeitsfaktor, Unterhaltungsfaktor auf alle Fälle. Generell diese ganze Smackdown-Ausgabe fand ich sehr unterhaltsam, aber nicht wirklich qualitativ hochwertig. Bronson Reed und Ivar sind jetzt als Letzte noch zu Gange. Der Doom Soul von Ivar, der geht daneben, also auch der ein bisschen blöd heute. Da gibt es einen Rolling Thunder von Bronson Reed, eine Close Line. Und tatsächlich, Bronson Reed gewinnt. In meiner Theorie ist es die dritte Wahl gewesen, aber er gewinnt großer Moment. Der wird jetzt zwei Folgen lang mindestens mit dieser Andre the Giant-Statue rumlaufen, bevor er sie dann wie jeder andere auch vergisst und dann nicht mehr wieder mitnimmt. Tolles Ding und naja, wahrscheinlich die schlechteste Andre the Giant-Battle-Royale-Geschichte aller Zeiten. Aber vielleicht auch die Unterhaltsamste durch das, was es geboten wurde. Große Story war auch nicht drin, auch die ganzen Tag-Teams. Also ich habe jetzt 15 Leute verstanden. Es war auch in der Werbung, waren auf einmal alle raus und dann hast du nur noch fünf drin. Also es ist Quatsch gewesen, aber ein lustiger Quatsch. Und Bronson Reed, ich drücke dich die Daumen, weil jetzt ist vorbei für dich. Also es ist ja tatsächlich so, wer das gewinnt, dessen Karriere ist eigentlich beendet. Deswegen, Bronson Reed, tust du mir ein bisschen leid. Ja, das stimmt. Das stimmt, Bronson. Du tust mir auch ein bisschen leid. Ja, was soll man dazu sagen? Zehn Minuten, so viele Männer, da kann halt nicht viel bei rumkommen. Und die sind dann irgendwann Step by Step einfach nur noch rausgeflogen. Also da ist der eine raus, dann sind die Creeds raus, dann ist Akira raus. Und das ging dann die ganze Zeit so. Irgendwie war hier nicht viel drin. Und das war für mich auch mit Abstand die schlechteste Unreal Engine Memorial Battle Royale. 0,0 Storytelling, keine Liebe. Dann ist wahrscheinlich der rausgeflogen, der eigentlich hätte gewinnen sollen, der gute Omos. Das war ein Durcheinander. Und naja, ja, am Ende ist es Bronson Reed. Irgendwie macht es storytechnisch ein bisschen Sinn. Der hat vor zwei Wochen noch Sami Zayn bei Raw besiegt. Also ihm da so gar nichts zu geben, ist schon irgendwie verdächtig. Von daher ist er schon irgendwie, ist ein Sieger, den ich nehme. Aber naja, wie du sagst, das war es halt jetzt mit seiner Karriere. Deswegen Ruhe in Frieden, die Karriere von Braun Sturie, das tut uns sehr leid. Und ein kleiner Tipp, üb nochmal den Rolling Thunder, dann sieht er beim nächsten Mal auch ein bisschen besser aus. Das kann er dir doch irgendwie einparken in einem Zug. Den Rolling Thunder in einem Zug kann er dann nochmal üben, ja. Jey Uso, aus dem ist was geworden. Das weiß ich noch, vor zwei Jahren. Und ansonsten, es ist auch nicht wichtig. Für die war es WrestleMania. Also insofern schön, dass ihr das gemacht habt. Ärgerlich auch für so einen Wirmahan oder so. Der hat das Ganze ja trainiert. Sonst keine Matches, so nichts gehabt. Trainiert für diese Wettelregale und wird da einfach rausgeschmissen. Einfach so mir nichts, dir nichts. Ärgerlich, was soll's. Aber wir machen weiter. Wir sehen jetzt ein paar Raw-Ausschnitte, weil diese Geschichte wichtiger ist mit der Blattlein und so. 19.07 Uhr kommen Jimmy Uso und Solo Sikor guter Dinge an. Denn die haben ein großes Match heute. Solo Sikor gegen Jey Uso ist unser Main Event, weil das geht. Logan Paul kommt zurück. Logan Paul war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich einer der Schlaueren von SmackDown. Denn sein Plan geht auf. Er hat jetzt Kevin Owens und Randy Orton ins Stadion geschickt. Und dann hat er gesehen, ha, 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 ha. Und fährt einfach wieder zurück und kommt dann rein. Jetzt zwischendurch gibt's einen Einspieler, den erwähnt ich kurz, weil er da war. Karen Cross macht eine Ansage. Ganze Final Testament da. Bobby, lässt die Heu bitte nicht so rum. Die Antwort wird folgen. Logan Paul kommt jetzt in die Halle rein. Also er ist wirklich schlau. Und er beleidigt die Leute. Also er sagt zu den Leuten in Philadelphia zum Beispiel, ihr seid Leute aus Süd-Jersey. Das Problem ist, ich glaube, dass das eine sehr internationale Crowd war. Deswegen zieht das wenig Reaktionen. Zumindest hat sich das so angehört. Ich muss hier gegen zwei der dümmsten Leute der WWE kämpfen. Und das ist wirklich, die sind wirklich dumm. Eigentlich. Randy Orton hat ein Gehirn von der Größe einer Erdnuss. Und Kevin Owens, der futtert nur Tiere, die nach Reifen schmecken. Das war vielleicht noch einigermaßen lustig, aber mehr dann auch nicht. Meine Verbündeten. Und ich glaube, jetzt den Plan erkannt zu haben. Meine Verbündeten, Austin C. Und Grayson Waller, lassen gerade die Falle zuschnappen. Ich glaube, es war wirklich geplant, Randy Orton und Kevin Owens rauszuschicken. Und Waller und Siri gehen dann hinterher und machen die platt. Warum die das nicht im Ring machen könnten, die hätten da auch das Überraschungsmoment gehabt. Das ist mir unklar. Und jetzt ist es die große Überraschung. Grayson Waller und Austin C. werden eingeblendet. Sie sind jetzt im Stadion, aber sie finden nichts. Also zu 90 Prozent sind die anderen nicht hier. Dumm, würde ich sagen. Randy Orton und Kevin Owens, derweil stehen im Ring. Also in der Halle. Du musst jetzt unterscheiden zwischen Halle und Stadion. Und Logan Paul wird vermögelt. Dumm. Warum? Logan Paul, dein Plan ist krachend gescheitert. Aber Randy Orton und Kevin Owens sind trotzdem losgefahren. Also hat er auch irgendwie funktioniert. Ein Stunner gibt es, ein AKO an Logan Paul. Ja, und das war alles dumm, alles blöd, aber unterhaltsam. Und jetzt ist meine Theorie, Chris, ich habe schon mal Wrestling geschaut. Das war jetzt die Abreibung, die Logan Paul verdient hat. Der hat richtig aufs Maul gekriegt. Das heißt, er wird morgen, nee, übermorgen, nicht nochmal aufs Maul kriegen. Das heißt, in meiner Theorie gewinnt jetzt nicht Theorie, sondern Logan Paul. So habe ich das gedeutet. Wie hast du das gesehen? Ich sehe das ganz genauso. Wir haben ja auch in der Preview schon gesagt, wir glauben, dass der Logan verteidigt in Richtung Summerslam in Cleveland, in seiner Heimat am Start sein wird. Und das ist halt WWE-Booking. Du kriegst den in den Weeklys auf die Fresse und gewinnst dann beim Pay-Per-View. Deswegen, das wird gut gehen bei WrestleMania. Aber Marcel, wir haben ja unsere schönen Tears und ich würde direkt einordnen, der Blödian der Woche muss eigentlich Logan Paul sein. Also ganz ehrlich, du schickst die ins Stadion. Dann sind die da. Logan Paul fährt zurück in die Halle und kriegt trotzdem auf die Fresse. Der Plan ist ja 0,0 aufgegangen. Der hat einen Stunner kassiert, AKO kassiert. Das war ein Satz mit X, sage ich dir. Wobei, wir haben da noch so einen maskierten Mann, der könnte auch der Blödian werden. Aber das aus anderen Gründen, da reden wir dann gleich drüber. Ja, hier, das habe ich mir gedacht. Ja, ja, da reden wir dann gleich nochmal drüber. Aber Logan Paul, der ist auch doof weggekommen. Eigentlich, ganz ehrlich, die ganze Smackdown war die Blödian-Smackdown des Jahres. Ja, aber wirklich, es sind so viele Blödiane dabei. Das glaubt ihr gar nicht. Also du legst dich fest für, Logan Paul ist vertretbar. Ich nehme den WWE Hall of Fame. Der wird gleich ziemlich dumm werden. Und zwar genau jetzt. Ich erzähle es euch. Es ist ein Zwei-Akt da. Also erstmal erster Akt, ne? Denn, wir sind Backstage, Dragon Lee hat ein Tag-Team-Match normalerweise mit Rey Mysterio bei WrestleMania gegen Dominik und den Santos, ne? Aber Dragon Lee liegt am Boden. Jemand hat ihn vermöbelt. Der Kalito ist daneben. Das alleine sollte uns schon schutzig machen. Und dann kommen jetzt Rey Mysterio rein und Celina Vega und Nick Aldis auch. Und oh nein, was ist denn jetzt passiert? Nein! Und das war der ungünstige Zeitpunkt. Denn jetzt ist ja das große WrestleMania-Match von Celina Vega. Du musst unterscheiden. Denn Jey Uso, das ist kein WrestleMania-Smackdown. Für Jey Uso zum Beispiel ist das Smackdown. Für Celina Vega ist das WrestleMania. Deswegen großer Moment. Sie hat sich auch groß in Schale geworfen. Sie hat sogar wieder den Schlappen dabei. Alles wunderbar. Aber jetzt ausgerechnet, Dragon Lee am Boden. Was machen wir denn jetzt? Ein Match. Celina Vega gegen Elektra Lopez. Elektra Lopez ist von der Legado. Das ist die LWO-Wolf-Pack. Elektra wartet ein bisschen. Und dann gucken wir, was passiert. Und dann kommt der Domdom an. Und der Andrade kommt an. Ja, Judgment, der ist vertreten. Die sind auch dabei. Unterstützen die. Und da habe ich schon überlegt, Moment, war der Andrade nicht immer mit der Celina Vega im Bunde? War das nicht seine Managerin die ganzen Jahre? Aha. Ein bisschen nachdenken. Dann hätte man sie jetzt schon rausfinden können, was passiert. Aber in dieser Show sind alle dumm. Jetzt macht die Celina Vega ein 619 gegen das Bein von Elektra Lopez. Beim Finisher lenkt der Domdom aber leider ab. Und dafür kriegt er ein bisschen was ab. Erstmal von Celina Vega und dann von der E. Der macht auch nochmal so einen drauf. Und Elektra Lopez gewinnt das dann durch. Auch das ist dann dumm. Also für alle. Rey Mysterio verliert jetzt zum zweiten Mal. Quasi, ne? Also er hat zuerst verloren den Dragon Lee. Und jetzt verliert er auch das Match von Celina Vega. Und jetzt gehen sie alle auf Rey drauf. Alle, wie sie da sind. Zack, zack, zack. Das heißt, er verliert jetzt zum dritten Mal. Aber jetzt gewinnt er was. Denn Rey Mysterio hat einen neuen Verbündeten. Es ist Andrade. Andrade, er turnt gegen seine Freunde der LWO. Wolfpack. Und Judgment, der ist ja auch noch mit drin. Große Umarme. Und Rey Mysterio rallt das erst gar nicht. Ja, was ist denn jetzt los? Was? Du bist bei uns? Geil. Und dann haben sich dann doch alle gefreut. Und dann ist das gut. Also es ist die Show der Dummen. Und das war erst nur der erste Teil. Weil ihr fragt euch, wie geht das jetzt weiter? Wie könnte man jetzt diese Spannung auflösen? Warten wir mal ab, Chris. Zu diesem Zeitpunkt. Wie fandst du das Match? Kannst du das westerisch gut einordnen? Also ich kann dir sagen, wenn wir ein Tier hätten für das schlechteste Match der Woche, dann ist das mein schlechtestes Match der Woche. Das hat gar nicht funktioniert. Das war hier mal ein Spot, da mal ein Spot. Da war keine Chemie. Das, das, ja, ich weiß. Das haben wir zum Glück nicht. Aber das war nix. Das hat mir nicht gefallen. Die gute Elektra Lopez. Hm. Ich hab mir irgendwie mehr erhofft. Also das, das war nix. Und das, was danach dann passiert ist, das war irgendwie eigenartig. Erst war der Dragon D verletzt, der letzte Woche noch zurückgekommen ist. Okay. Da hab ich mir schon gedacht, hm. Das ist doch bestimmt der Kalito gewesen. Ja, dann, dann dachte ich, komm, dann buckt er sich irgendwie in das WrestleMania-Match. Nö, der Andrade nimmt sich einfach den Spot. Der ist jetzt Best Friends mit Rey Mysterio. Wir freuen uns doch. Das wissen wir doch noch gar nicht. Wer erinnert sich nicht an die glorreichen Freundschaftstage von Andrade und Rey Mysterio? Entschuldigung. Es ist halt traurig, was da passiert. Also das ist jetzt, du musst dir auch vorstellen, Andrade hatte eigentlich zwei Missionen vorher schon, die er alle abgesagt hat. Das ist so wie so ein Computerspiel, wenn du so ein RPG oder so. Dann hast du so die Side-Mission, Judgment Day. Der sollte doch eigentlich gegen Ricochet gewinnen, damit er in den Judgment Day kommt. Ist ihm egal geworden. Zweite Side-Mission. André the Giant Battle Royale. Hat ihn auch nicht interessiert. Da geht er auch nicht rein. Er geht schnurstracks zuerst zu Legado, nur um danach endlich zu Rey Mysterio zu gelangen. Das ist jetzt sein eigentliches Ziel. Aber ob der jetzt ein Match hat, das wissen wir ja noch gar nicht. Das ist ja erstmal, man muss ja mal abwarten in dieser Show. Apropos, diese Show geht weiter mit drei Dumpfbacken. Nee, blöde Jane heißen die ja hier immer noch. Also erstmal Rey Mysterio kriegt die offizielle Wahl. Ich glaube, der war am dümpsten von allen. Aber jetzt kommt dieses Tag-Team von Jade Kake, Bianca Valle und Naomi. Die halten jetzt einen Namen. Corey Graves sagt das. Während der Anmoderation, er sagt hier, Jade Cargill's Three Women. So hat er das gesagt. Also die JCTW, Jade Cargill's Three Women. Vielleicht ist das nur ein Arbeitstitel. Wir haben noch keine Zeit. Es ist doch WrestleMania-Woche. Vielleicht kommt da doch was. Meine Idee wäre Tic-Tac-Toe 2.0. Das ist aber nur eine Idee. Aber es kommen noch gar nicht alle drei, sondern es kommen zwei Women. Naomi kommt, so glow, glow, glow. Und dann kommt Bianca Belair. Bianca Belair ist als Rohrschachtestverkleidung, wer das kennt. Was sie uns sagen im Ring ist, wir gehen zu WrestleMania. Und da habe ich gedacht, es ist doch WrestleMania-Smackdown. Das heißt für euch, weil ihr ein Match habt, ist es wieder nur Smackdown. Da wurde ich bestätigt. Aber wir haben ja gegen Damage getritt. Wenig Chancen. Zum Glück haben wir eine Partnerin. Und jetzt der große Auftritt. Sie bekommt einen einzelnen Auftritt, Jade Cargill. Das ist natürlich gut. Alle haben übrigens einen Cowboy-Hut auf. Alle drei Frauen. Ist das jetzt so eine Cowboy-Gang? Pennsylvania liegt meines Wissens nicht im Süden. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Jade Cargill ist auch dumm, denn sie sagt nicht, dass sie die geilste ist, sondern sie sagt, ich bedanke mich bei meinen Heal-Gegnerinnen Damage-Getrill, dass ich bei WrestleMania ein Match habe. Danke, dass ich dabei sein darf, weil die existiert. Hat sie gesagt. Ich glaube, man hat einen Witz aus uns gemacht, dass wir wieder drüber reden. Und dann sagen die, es ist übrigens so Berlin-Tag- und Nacht-Style. Ganz schlecht alles. Alle drei zusammen sind da jetzt und die sagen, no, Damage-Control. Und dann zeigen alle gleichzeitig auch das WrestleMania-Zeichen drauf. Das war peinlich, aber für mich war das Quatsch genug, um das wieder geil zu finden. Das ist der Auftritt von Jade Cargill gewesen. Eine Woche nach dem ganz, ganz großen Comeback-Debüt. Wir halten fest, Naomi's Promo fand ich wirklich schrecklich. Die hat rumgekrecht. Yo, girls, we're WrestleMania. Oh, das war schrecklich. Jesus Christ. Dann kam Bianca. Bianca macht's gut, ehemalige Women's Championist. Die ist super. Und dann kommt Jade Cargill und ich dachte mir, boah, Entrance-Guy. Geld gedruckt. Alles gut. Die hat den Look, die hat alles, was man bisher braucht, um in der WWE irgendwie erfolgreich zu sein. Und dann diese Promo. Oh, die war nicht gut. Die war wirklich nicht gut. Die hat mich ein bisschen rausgerissen. Und dann kam ja noch das Highlight, das Cringe-Highlight für mich diese Woche. No Damage-Control. Oh, Jesus. Also, das war wirklich, du hast es perfekt gesagt, das war Berlin Tag und Nacht. Das kannst du so auf RTL ausstrahlen. Das war ein Satz mit X und hat mich wirklich ein bisschen rausgerissen, weil die als Charakter doof aussehen. Vor allem sagst du, ich bedanke mich bei den Gegnerinnen. Ich habe ein Match bei WrestleMania. Bedanke dich bei deinen Partnerinnen. Was ist das denn? Also, wirklich völliger Quatsch. Es war nicht schön. Es war lustig. Es war lustig und es ist einfach smack-dumm gewesen. So ist es einfach. Und es ist keine Schlauze. Übrigens, Damage-Control, die da angesprochen wurden, interessiert das auch nicht. Also, nicht mal die. Die kommen jetzt nicht raus. Die haben gleich was Besseres zu tun. So, jetzt müssen wir aber gucken, wie es weitergeht. Erstmal haben wir so ein bisschen Jey Uso-Backstreet-Promo. Der sagt, er wird gewinnen. Jit, jit, jit. Und jetzt, was passiert jetzt mit LWO? Wird Rare Mysterio noch mal dummer? Mal gucken. Andrade kommt jetzt Backstage und spendet Mut. So, weil da sind ja so Rare Mysterio und Selena Vega und oh, verdammt, das lief richtig scheiße heute. Und dann kommt auch noch die schlimmste Nachricht überhaupt. Jetzt kommt so ein Referee rein und sagt, Dragon Lee hat keine Ringfreigabe. Also, während der Promo, während der Berlin-Taco-Nacht-Promo, war der Referee schon da und hat wirklich MRT und so alles gemacht und er weiß exakt, Dragon Lee hat gar keine Chance. Und jetzt, was machen wir jetzt? Also, Rey hat keine Ahnung. WWE Hall of Fame, Rey Mysterio hat das noch nie erlebt. Der weiß nicht, was soll man machen? Und dann sagt ein Mann, tranquillo, tranquillo, ich werde dein Partner sein. Oh, Andrade hat es hingekriegt. Er kann ersetzt werden. Das ist alles wunderbar. Er hat seinen WrestleMania-Match. Glückwunsch, wirklich. Andrade und Rey Mysterio kämpfen jetzt gegen Dominik Mysterio und Santos Escobar. Und jetzt kommt der nächste Dumme rein. Also, es ist eine Show, die von dumm nur so blüht. Jetzt kommt Kalito rein. Hä? Habt ihr das mitgekriegt, was da gerade war mit dem Dragon Lee? Das war ja ganz schön krass. Und dann rallt der Kalito, dass er jetzt schon wieder nicht reinkommt. Weil jetzt ist ja Andrade da. Das heißt, wen haben wir jetzt gehabt? Jetzt haben wir den, der Dominik ist rausgegangen, weil böse. Santos ist rausgegangen, weil böse. Und jetzt ist der Kalito wahrscheinlich der Nächste, weil Rey Mysterio sich jedes Mal ein Neues sucht, anstatt in der eigenen LWO nachzugucken. Zum Beispiel so ein Cruz del Toro nicht den Kalito, sondern jetzt hinter den Andrade, der seit zwei Minuten in der LWO drin ist. Dumm, dumm, dumm. Wir sind alle dumm. Gibt es irgendeinen Schlauen in dieser Folge? Es ist wirklich schwer, eine Wärmepumpe zu finden, Chris. Es ist wirklich schwer, eine Wärmepumpe zu finden, aber wenn du eine finden willst, dann ja wohl Andrade. Der kommt aus dem Nichts. Keine Memorial Battle Royal, nix gemacht, hat ein WrestleMania-Match. Da ist ein Kalito, der ist jede Woche bei SmackDown. Hat der ein WrestleMania-Match? Nein, richtig. Kalito, ich glaube, der hat das tatsächlich, aber jetzt mal Spaß beiseite, der hat das storytechnisch, glaube ich, so gespielt, um halt so ein bisschen zu signalisieren, oh, ich war das ja definitiv nicht. Habt ihr das mitbekommen, dass er attackiert war? Ich war ganz weit weg. Ich habe damit nichts zu tun. Ich glaube, das soll uns das erzählen. Deswegen fand ich das mit Kalito noch okay. Ja, ja, da gehe ich nämlich von aus, dass der gute Kalito dem da auf die Schnauze gehauen hat, damit der Rey mal ein bisschen nachdenkt da unter der Maske, damit der Kopf unter der Maske mal zum Brennen kommt und damit der auf die Idee kommt, hey, ich habe da doch noch einen in der LWO, den könnte ich doch als Technikpartner nehmen, damit der mir vielleicht nicht auf die Fresse haut und da kann es ja jeder reinversetzen. Also ich würde dem Rey auch die Maske ausziehen, wenn er mich da nicht als Technikpartner mitnehmen würde. Von daher, ja, doof gelaufen, Rey Mysterio. Ich glaube, du hast dir einen neuen Gegner erschaffen, der dir dann bei WrestleMania ordentlich die Maske vermöbeln wird. Oh ja, also Kalito hätte aber theoretisch auch in die andere The Giant Memorial Battle reingehen können, weil zu der Zeit wusste er ja noch gar nicht, dass Dragon Leaf vermöbelt wird von ihm später. Hätte sein können. Kalito, das wird toll. Ich möchte aber jetzt einen Plot-Twist machen. Ich möchte nicht, dass da jetzt wieder gut und böse ist. Ich möchte eine dritte LWO haben. Ich möchte LWO Silver haben. Kalito gründet jetzt was, holt ein paar Leute rein, irgendwie hier Primo und Effiko zum Beispiel, die sind ja nah dran. Dann holst du Sinkara rein und dann hat er was. Und dann machen wir WrestleMania-Becklash-Civil-War und dann machst du einfach so drei mexikanische Stables gegeneinander. LWO, LWO Wolfgang und LWO Silver. Und dann kannst du vielleicht noch LWO Gold machen, wenn du lustig bist. Und dann hast du das ja doch eigentlich schon gefüllt. Also SmackDown ist wirklich auch noch hoch. Das klingt wie ein absoluter Albtraum und was, was ich nicht sehen will. Ich bin ja schon froh, wenn LWO gegen LWO Wolfpack vorbei ist, weil das ist ja wirklich die ganze Zeit das Gleiche. Und was machst du jetzt diese Woche? Du bringst den nächsten Mexikaner rein. Ich weiß nicht, worauf die hinaus wollen. Irgendwann bestehen beide Stables aus zehn Wrestlern oder so. Also WWE, bitte. Mach doch mal wieder was anderes. Das kann nicht sein. Das muss nach WrestleMania definitiv enden. Und jetzt ein neues Stable oder Kalito da wieder rumzuswitchen. Ja. Ich hab eine Idee. Engländer. Engländer können die Lösung sein, denn damit geht's jetzt weiter. Also erstmal, Grayson Waller und Austin Theory sind wieder zurück. Also das wird auch gar nicht thematisiert. Die sind jetzt einfach da, weil die haben gemerkt, im Stadion ist doch nix, sind wieder zurückmarschiert. Großes Match heute gegen New Cage Republic. Das sind ja die beiden SmackDown-Teams in dieser Six-Pack-Challenge, Leitermatch bei WrestleMania. Die sollten eigentlich nicht kämpfen. Allein, das ist dumm, warum kämpfen die jetzt? Nur um sich vorher schon wieder ein bisschen fertig zu machen. Dieses Match wird gewonnen von der New Cage Republic. Und jetzt sind aber alle dumm. Hab ich schon gesagt, dass in dieser SmackDown-Ausgabe dumme Menschen waren. Denn alle vier werden jetzt verprügelt. Denn sofort am Ende des Matches, wir können gar nicht genießen, dass das große Match vorbei ist, der ganze Judgment Day zusammen mit Rhea Ripley. Alle fünf sind sie da und verprügeln alle vier, die da im Ringen sind. Das haben die ja schon bei Raw gemacht. Das heißt, die bei SmackDown hätten das ja eigentlich ahnen können. Richtig böse. Zwei Ideen. Idee Nummer eins, das ist das letzte Mal, dass wir den Judgment Day in voller Montur sehen. Deswegen war auch Rhea Ripley dabei. Idee Nummer zwei, David Priest hat schon wieder seinen Koffer nicht dabei. Das ist, warum hat er seinen Koffer nie dabei? Warum will der nicht mehr einen cachen? Will der der Erste sein, der einfach abwartet, bis das neue Money in the Bank kommt? Oder wie? Ja, das ist eine gute Frage. Also das mit dem Koffer ist mir auch ein Mysterium. Wir hatten da ja in der Preview mit dem Huckle so ein bisschen spekuliert. Vielleicht casht er bei Wrestlemania ein. Ich glaub's nicht. Also wir werden bestimmt irgendwie dazu kommen, dass der vielleicht der Erste ist, der den Money in the Bank Koffer bei Money in the Bank verteidigt, damit er noch ein weiteres Jahr Anrecht darauf hat, den einzucachen. Also das wäre First Time Ever. WWE liebt First Time Ever. Von daher wäre das ein Gedankengang, den wir hoffentlich nicht so erleben werden. Ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? Birminghamer, Match gewonnen, die sehen halt dämlich aus. Warum solltest du ein Match eine Nacht vor Wrestlemania haben? Also wenn du bei Wrestlemania ein Match hast, dann kommt der Judgment, der raus vermöbelt die. Also mein Highlight waren Dominiks Stieflaster, die gesehen, die waren stylisch, da war ganz viel Fell und die sahen toll aus. Das war mein Highlight in diesem Segment. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, der Bus vom Cody Rhodes hat ja gebrannt. Ich hab Angst gehabt, dass das das Fell vom verbrannten Pharaoh war, aber ich glaub, das war das nicht. So gemein ist der Dominik dann auch nicht. Nee, das war dumm und jetzt würde ich sagen, beim nächsten Segment würde ich gar nicht sagen, dass die Beteiligten dumm waren, sondern eigentlich die Folgen, denn es passt ins Bild, dass wir jetzt einen Einspieler sehen zu Bayley und Io Sky, zu dem großen Match Royal Rumble-Siegerin Bayley und dass es eben nur ein Einspieler ist, denn keine von denen ist zugegen. Vor allem Bayley hätte man noch gerne nochmal zeigen dürfen, deswegen war das auch ein bisschen dumm. Der Einspieler natürlich in Ordnung, kann's der Nächste sagen. Solo Sikoha tapet jetzt seinen Daumen, Jimmy Uso motiviert ihn, hab ich auch schon mal gesehen. Und dann kommt jetzt unser großer Freund mit den Yeah-Buchstaben, L.A. Knight kommt rein, der muss noch sein Match gegen AJ Styles halten. Auch heute wird kein Stuhlschlag passieren, das ist der große Payoff. L.A. Knight, ich achte mehr auf seine Jacke, es ist eine Zauberjacke, guckt euch das bitte an. Wenn die Kamera von Weitem zeigt, ist sie rot, wenn die Kamera von Nahem zeigt, ist sie rosa. Das ist ein Mysterium, deswegen hab ich auch nicht genau hingeguckt, ich hätt's aber lustig gefunden, denn L.A. Knight, das Erste, was er sagt, ist WrestleMania, yeah! Und für mich hätte das gereicht, einfach so, ja, weil das passt doch einfach. Das ist dieses Match in Kurzform, macht er noch ein bisschen was, aber im Wesentlichen sagt er WrestleMania, yeah! Und dann ist das auch schon wieder vorbei. Hat mir auch nichts gegeben, aber ich fand es lustig und unterhaltsam und diese Jacke hatte definitiv einen Mehrwert in dieser Show. Ja, es gab einen großen Lacher in diesem Segment. Ihr müsst mal drauf achten, irgendwo wollte er die Absprache, also die Abmoderation in seinem Segment machen und da hat er den Kaugummi verschluckt, da war er so kurz ein bisschen so, und dann ist er wieder zurück zu der Promo gekommen, da musste ich gut schwurzeln. Das war mein Highlight hier, ansonsten ist halt nichts passiert. Die haben das gleiche erzählt. Ich hätte es cool gefunden, wenn du eine Stipulation in das Match gebracht hättest. Schauen wir uns jetzt bei der SmackDown verpasst, vielleicht kommt das noch, weil die beiden haben sich auch bei WWE World, das ist ja hier diese Convention, wo du hingehen kannst, ganz viele Wrestler siehst, etc. Da haben die sich auch schon wieder vermöbelt, der Styles und der LA Knight. Also Intensität ist drin, aber es fehlt eine Stipulation. Also wenn die sich so sehr hassen und wenn das jetzt zum Höhepunkt kommen soll, dann bitte mit Stühlen oder mit irgendwas anderem. So war mein Highlight ein Kaugummi, was LA Knight verschluckt hat. Ja, yeah! Ja, ich denke auch. Ja, ich glaube eher, was da fehlt, ist das Interesse an dieser generellen Geschichte, dass das so natürlich wirkt, dass die sich wirklich nicht mögen. Das wirkt alles so aufgesetzt einfach so. Wir machen das jetzt, weil wir müssen dieses Match promoten und das fühlt sich nicht natürlich an. Das ist mein Problem damit und ich glaube auch nicht, dass es mich überzeugen wird. Aber was soll's, macht doch nichts. Was mich tatsächlich überzeugen wird, ist das Match mit Karrion Kross. Denn jetzt kommt die Antwort von Bobby Lashley und Co. Toll. Toll war das. Und BFab sagt was Lustiges, also was Interessantes. BFab auch ein bisschen dumm. Eigentlich, doch, ich bleib dabei alle dumm. BFab ist dumm, sie sagt nämlich, Final Testament, es gibt keinen Ort zum Verstecken am Sonntag. Keinen Ort. Da hab ich gedacht, es ist doch ein Philadelphia Streetfight, die können sich buchstäblich in der gesamten Stadt verstecken. Aber BFab, nein, ist nicht. Und Bobby Lashley sagt dann noch, ja, oder was der so sagt, also sei der Catchphrase. Und dann ist auch dieses Match jetzt aufgebaut. Also auch das wird schön werden. Ja. Also Marcel, ganz ehrlich, wenn der Sebastian Hackel, der Hype-Man das schon nicht schafft, uns auf dieses Match und auf Karrion Kross heiß zu machen, was soll dann noch kommen? Und dann eine BFab, die irgendwas sagt, was keinen Sinn macht, das macht überhaupt keinen heiß. Das Ding ist da, ich find's cool, dass es eine Stipulation drin ist, weil in einem normalen 3 gegen 3, ich glaub, da wär ich dir in der Nacht wirklich weggepennt. Und deswegen, Idees, wir werden uns das angucken, Streetfight, vielleicht gibt's ein paar coole Spots, vielleicht macht's das lustig, aber so richtig, was drin ist, nicht. Und ich bin froh, wenn Final Testament dann irgendwie durch ist mit der Geschichte. Ich würd gerne wieder so eine Feuerwerkstarokate sehen, die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wir sind Main Event angelangt in dieser Smackdown WrestleMania Ausgabe. Ich mein, wir reden das jetzt hier auch vielleicht alles ein bisschen schlecht so, muss man ja auch, also ein bisschen lustiger, als es vielleicht war, vielleicht war's ja auch toll, jetzt kommt Jey Uso raus, ja, er macht den Yeet und so. Gegen Solo Sikor und da hab ich jetzt eine sehr kritische Anmerkung an dich, lieber Chris. Also jetzt mal wirklich ernst gemeint, mal so Real Talk, raus aus diesem Klamauk-Modus. Jetzt hast du doch zwei Brüder-Duelle schon gehabt. Bro Owen gegen Bret Hart hast du gehabt und Jeff gegen Matt Hardy und jetzt ist das der dritte Brüder-Fight, wenn der andere Take-on-Kan nicht zählen. Großes Ding, also Brüder-Duell ist wirklich was Wichtiges. Warum macht man einen Tag vorher ein Brüder-Duell? Das hab ich nicht gut gefunden. Das ist meine richtige Kritik an dieser Ausgabe. Ja, finde ich auch nicht so gut, weil Solo, also du hättest das Match halt nicht gebraucht. Ich hätt's besser gefunden, wenn du ein Face-Off zwischen den beiden Brüdern bekommen hättest. Das hätt's ein bisschen mehr aufgebaut und das hätte ja gereicht, also weiß nicht. Das ist auch ein Kritikpunkt, wo ich sag, das wirkt halt dumm und wenn du das halt schon machst, dann lass den großen Bruder, in dem Fall Jay, den kleinen Bruder Solo vielleicht besiegen. Das ist das Einzige, wo ich sag, komm, die haben halt einen Altersunterschied, der will seinem kleinen Bruder mal in die Schranken weisen und zeigen, komm, ich hau dem großen Bruder auch noch auf die Schnauze. So, ja, hätte ich's auch nicht gebraucht und gerade mit dem Ende, da reden wir gleich drüber, ja, war's schon sehr underwhelming, aber hat dann irgendwie zu dieser Smackdown gepasst. Große Überraschung am Ende. Naja, es ist so ein bisschen so, wie wenn du morgen ein neues Auto auf den Markt bringen willst, was rosa ist, so ein mega geil, so ein Tesla oder so und heute machst du irgendwie eine Präsentation von so einem Peugeot in rosa. Das ist einfach, weder, weil die Qualität gut ist, schlau, weil du hast erst Grütze und dann das Geile, noch weil du ja jetzt allen Leuten schon gezeigt hast, wie ein rosa Auto aussieht, auch wenn es nicht das gleiche Auto war. Deswegen fand ich das ein bisschen blöd, dass man dieses Match gemacht hat, weil davon abgesehen ist es auch was Größeres, das könnte man auch viel größer aufbauen, vielleicht auch nach Jey Uso gegen Jimmy Uso, aber das jetzt nur als richtige Kritik, geben wir wieder in den Dummheitsmodus rein. Also Solo Secure ist stärker das Match über, das heißt, Jey Uso sieht, okay, es wird doch sehr, sehr schwer werden. Dann gibt es von Jey Uso ein Spear und ein Splash. Naja, und dann kommt Jimmy Uso und dann gibt es halt, ich glaube, es ist eine DQ, es kann aber auch sein, dass der auch den Solo Secure ein bisschen berührt hat, während er eingemischt hat. Es kann auch ein No Contest sein. Wir sind direkt nach der Show, legen wir uns nicht fest, eins von beiden war, das heißt, Jey ist dumm und Jimmy aber auch, weil was könnte jetzt passieren? Also jetzt ist Jey gegen zwei. Hey, was, wenn es da doch irgendjemand gäbe, der jetzt an dieser Stelle vielleicht unterstützend eingreifen könnte. Cody Rhodes, Adrenaline in my soul. Und dann kommt nicht Cody Rhodes raus, sondern Cody Rhodes und Seth Rollins zur Musik von Cody Rhodes. So unwichtig ist der. Hat aber immerhin seinen World Debutt-Title dabei. Also das ist schon mal gut, aber zur Musik von Cody Rhodes kriegt niemand eine eigene Entrance. Wunderbar. Die retten, also die haben große Bloodline-Matches vor sich, ne? Also der Jey Uso könnte denen eigentlich egal sein, aber es ist Allianz und Bloodline und so alles für uns alle. Jetzt haut der Cody Rhodes mit dem Gürtel drauf. Auch hier, Cody Rhodes ein bisschen dumm, denn er hat eine Jogginghose an und ich glaube nicht, dass man bei einer Jogginghose so einen Gürtel braucht, aber das ist nur so eine ganz kleine Kritik an dieser SmackDown-Ausgabe, denn er haut jetzt, Jimmy Uso will erstmal fliehen, aber Jey Uso holt ihn zurück. Es wird gegürtelt, Crossroads gibt es den an den Jimmy, der Rollins, der gürtelt jetzt sogar auch, ab der Zeit auch, ich kann auch mit diesem Gürtel umgehen, wunderbar. Es gibt noch einen Splash von Jey Uso und dann die Abschlusspromo. Das Letzte, was wir vor diesem monumentalen WrestleMania 40 hören. Cody Rhodes sagt, 40 Jahre WrestleMania. Das ist auch dumm, denn es sind 39 Jahre WrestleMania. Das ist das alte Problem. Das ist, wenn du sagst, da ist der, die Etage 14 bis 16 muss morgen geputzt werden, ihr habt dafür zwei Stunden Zeit, dann ist es nicht so, dass ihr zwei Etagen habt, sondern ihr müsst drei in zwei Stunden machen und hier ist es auch so. Wir haben 40 Ausgaben in WrestleMania, aber nur 39 Jahre. Ich möchte das nochmal sagen. Cody Rhodes sagt, hier ist Seth Rollins. Was er nicht sagt, hier ist Jey Uso, weil der nämlich keine Rolle spielt. Dann sagt Cody Rhodes, wir werden The Rock slappen, dass sein Ego den Körper verlässt. Sonntag werde ich den Tribal Chief entthronen. Und wenn ich schon alles auf die Waagschale lege, dann sage ich, der Tribal Chief hat keinen Thron, er hat einen Tisch. Er hätte sagen müssen, ich werde ihn enttischen. Wenn eine Story endet, fängt eine bessere Story an. Das heißt, Cody Rhodes droht damit, dass wir eine neue Story nach WrestleMania bekommen. Das war WrestleMania SmackDown, mein lieber Chris. Ja, was soll ich aus diesem Segment mitnehmen? Nicht besonders viel. Es war halt wieder eine Standard-Promo und das eine Nacht vor WrestleMania. Ich finde es halt schade. Ich finde, man hat nachdem, naja, diese Pressekonferenz war viel liegen lassen, was hätte heißer sein können. Ich meine, du hast einen Roman Reigns, du hast einen The Rock in der Stadt, warum erzählst du damit nichts? Dass die da jetzt dem Solo und dem Jimmy auf die Schnauze hauen, das gibt mir nicht so viel. Klar, das mit dem Peitschen macht Sinn, die sind ausgepeitscht worden, jetzt peitschen sie andere Parts von der Bloodline aus. Aber die Prome und alles, was dann so um Cody und Seth Rollins passiert ist, war einfach nicht heiß diese Woche. Plus Seth Rollins, der wirkt mehr und mehr und mehr wie einfach ein Side-Character, der dabei ist. Also auch diese SmackDown-Episode, der ist nicht mal mit eigener Musik rausgekommen, der hatte keinen Entrance, der hat nicht gefeiert, ich hab, glaube ich, keinen Curbstomp gesehen. Der war halt einfach dabei und das ist dann schon ein bisschen wenig, wenn wir darüber nachdenken, dass halt morgen WrestleMania ist. Von daher hätte ich mir da mehr gewünscht und Cody, ja, mein Gott, der hat halt Standard-Zeugs gemacht, was auch bei jeder Hausschau hätte passiert sein können und deswegen war das ein bisschen ein Maufhören in SmackDown-4-Wrestlemania. Ja, das war dann das Ende und das, was wir vorher schon befürchtet haben, dieses Segment mit Roman Reigns, war tatsächlich, ich glaube vor zwei Wochen war das, Roman Reigns und Cody Rhodes das letzte Aufeinandertreffen, wo es dann nur drum ging, du bist die Nummer zwei, nein, ich werde die Nummer eins werden und das ist dann ein bisschen dürftig irgendwie. Ja, aber diese Folge insgesamt, wir müssen es auch nicht zu ernst nehmen, weil es ist ja, Resumania SmackDown und ich finde tatsächlich, diese Show hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das ist mein Humor, ich fand das lustig an vielen Stellen. Ich fand es peinlich auch und auch nicht gut gemacht, aber dadurch war es dann auch wieder gut. Ich glaube nicht, dass es absichtlich war, also es war irgendwie so eine ganz komische Show, also wirklich kann man schlecht einordnen und trotzdem, willst du sie jetzt einordnen in eine von unseren fünf Tiers, die wir da immer haben? Ja, also ich finde, es war eine kurzweilige Show, die war lustig, da war halt viel Zeug bei, was nicht viel Sinn ergeben hat, da war viel Dummes bei, aber insgesamt war es dann doch noch irgendwie brauchbar. Du hast ja schon ein bisschen versucht, in der LWO zu erzählen. Du hattest deine Stars drin, du hast wrestlerisch stellenweise ein bisschen was gezeigt. Es war nicht komplett schlecht, es war viel Cringe dabei und naja, das muss auch mal sein. Für mich war es vor WrestleMania ein brauchbares Smackdown. Was sagst du denn, Marcel? Ja, die Tierliste, die machst du ja immer selber, aber ich sage, man kann es halt nicht einordnen. Du kannst es halt nicht mit einer qualitativ hochwertigen Smackdown vergleichen und wenn mir etwas Spaß macht und wenn ich unterhalten bin und wenn diese zwei Stunden schnell rumgehen, dann ist es für mich auch eine gute Show. Aber ich weiß, dass es keine gute Show war und dass da viele Leute, sagen wir mal, sehr unlogisch gehandelt haben und auch nicht wirklich ihren Payoff bekommen haben. Ravis Stadio zum Beispiel, letztes Jahr noch Hall of Famer und jetzt ist er froh, dass er doch noch einen neuen in der LWO hat. Nun ja, Wärmepumpe mache ich jetzt an Cody Rhodes, weil doch, also der hat glaube ich alles, also so ziemlich alles richtig gemacht. Cody Rhodes groß und Match of the Night ist mega schwer. Also die Battle Royale ist es nicht, die Selena Vega ist es nicht und der Main Event hat auch keinen Finish und ist es auch nicht. Also ist es New Country Republic gegen A-Town Down Under, aber dieses Match wird sich nicht behaupten im Kampf um die Krone des Match of the Jahres bei SmackDown. Das ist mein Fazit, würde ich sagen, Chris, deine Awards, bitte. Ja, Blödian ist, ist schwer. Es ist irgendwie Logan Paul. Für mich ist es Logan Paul. Ich könnte aber auch mit Ray Mysterio gehen, aber komm, damit wir da unterschiedlich sind, nehme ich einfach mal den guten Logan Paul. Meine Wärmepumpe ist der Andrade. Warum? Er musste kein Match bestreiten, er musste keine Promo halten, er musste nichts tun und steht jetzt bei WrestleMania auf der Kart. Das ist der Traum jedes Superstars Backstage und er, naja, er ist jetzt halt einfach da, ohne was zu machen. Das muss man auch erst mal schaffen. Deswegen ist Andrade die Wärmepumpe. Bei Match of the Night sind wir uns einig, Tag Team Match mangelt Alternativen und ja, die SmackDown war halt brauchbar. Das sind so meine Tears, die ich mir für heute aufgeschrieben habe. Ja, sie sagen mal, alle Tears durch und Andrade vielleicht, er hat ja auch Dragon Lee attackiert, dann war er ja Donner auch ziemlich schlau am Ende gewesen, während alle anderen dumm waren. Es war SmackDown 2024. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Wir waren nicht zu klamaukig. Ich habe ja gehört, wir sollen seriöse Reviews machen. Das bemühen wir uns. Das klappt aber auch eigentlich nicht normalerweise. Ich bin weiterhin in meinem Weber Kabuff zugegen. WrestleMania wird kommen. Samstag, Sonntag, Watch Party bei Pear. Hook wird zurückgegeben werden. Auch das, großer Moment. Pear muss seine Brille abgeben. Großer Moment. Es wird Pizza geben. Noch größerer Moment. Das ist toll. Schaut euch das an. Schaut euch WrestleMania an. Die Hall of Fame läuft gerade übrigens. Keine Ahnung, was da passiert. Wahrscheinlich reden. Und dann sehen wir uns wieder. Und ich weiß noch nicht, wann und wo, ob ich in der Review dabei bin. Viel zu tun. Bisschen krank. Mal gucken. Ansonsten wahrscheinlich bei Raw mit dem Virgil. Und dann reden wir da auch nochmal über alles. Ihr redet auch über alles intern. Ontern. Und ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist für mich 5 Uhr. Ich gehe jetzt ins Bett und sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Habe ich noch Schlussworte? Darf ich noch was sagen? Ja, jetzt wäre deine Schlussworte gewesen. Ich weiß, dass wir 10 Sekunden Unterbrechung haben mittlerweile. Ach so. Aber du darfst gerne deine Schlussworte sagen. Ja. Okay, komm. Komm. Freunde, schaut auf jeden Fall vorbei bei twitch.tv slash sportfight.de Ja, heute war ein bisschen Chaos. Ich weiß, wir haben so ein bisschen Delay. Das werden wir wieder in den Griff bekommen die nächsten Wochen. Das ist wahrscheinlich irgendein Internetproblem, aber das kriegen wir hin. Von daher wird das wieder. Ansonsten, wie gesagt, schaut vorbei. Lasst uns zusammen WrestleMania genießen. Und dann hoffe ich, dass wir den Marcel im Zuge der WrestleMania irgendwie mal hören. Damit die WrestleMania besser ist, kauft euch Merch, kauft euch das Muster-Schmelzig-Shirt hier. Schaut es euch an. Es ist wunderschön. Jetzt habe ich es einmal geplagt. Ja, ist gut, ne? Ich hoffe ich, dass. Ist schon gut. Muss man haben. Kauft euch das. Gönnt euch das zu WrestleMania. Und ansonsten würde ich sagen, hören und sehen wir uns bei WrestleMania. Den Marcel hoffentlich auch. Und wenn nicht, spätestens bei Raw. Und ja, Marcel und ich, wir hören uns aller, aller spätestens nächste Woche bei SmackDown. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wundervolle WrestleMania. Und wir winken jetzt mit 10 Sekunden Delay, Marcel. Bis zum nächsten Mal.